moin und willkommen zurück zu einer weiteren folge little nightmares für die switch ich muss mich entschuldigen ich habe dieses video gestartet und irgendwie habe ich gerade eben so ein kleiner kleines intro was hier war beziehungsweise eine außenaufnahme von diesem riesigen schiff wo ich drauf bin und das ist leider verschwunden das ist irgendwie nicht drauf tut mir leid ja aber es ist nicht viel es waren zwei minuten das war auch nur man muss auch nichts machen nur nach oben klettern also man hat nichts verpasst ja immer sind wir jetzt hier drin in diesem schiff das ist glaube ich ein schiff ich weiß es nicht genau was von außen saß aus dem schiff und jetzt sind wir so weit oben dass wir uns mal dass wir mal sehen können wie es eigentlich hier weiter geht guck mal guckte die ganzen fetten leute an sind hier nur zum essen und wir haben gesehen die köche essen kochen deftig ist die geschahlung weil es nicht gemacht einfach über uns wie zum bis das figur die man immer nachher weiter konnte ja auch wurde von der akku mal hier ok los geht's war nicht so schwer und weiter geht wir sind auch fette jetzt essen da sind leute die essen schon vorbeischleichen sind nicht sehen älter ist der fett was der essen bekommt die fette ist auch dann her gekrabbelt und auch ein oh scheiße ok warte nach oben komm nach oben na ok oh die kriegt mich ja fast ach guck sie an diese fette misslokmonic da die verringt sich fast hier sind noch mehr schweine die kette kann man schon ganz schön ran schwingen warte was geht's oh können wir auf dem hocker rauf ja ah ich kann mich nicht nach oben ziehen ja das ist wahrscheinlich unter den tresen na gut laufen wir mal weiter ist das hier noch so ah hier, da ist ein loch na gut na gut kann man nicht so viel machen na gut kann man auf jeden Fall hier hoch glaube ich na gut ok scheint nie ah oh ohr so eine blöde sau so eine blöde dumme sau so ein scheiß okay da muss man halt ein bisschen aufpassen die sind sehr dicht aneinander und da irgendwie dran vorbei kommt das die zweite frage wir müssen rennen müssen mehr rennen kriegen ja nicht so schnell los geht's so nah hoch Boah, das kriegen du nämlich hier nicht, ne? Okay. Noch mehr Plätteschweine. Hier, komm, friss den Käse. Nein, nein, oh. Wie soll man an denen vorbeikommen? Unmöglich, unmöglich. So ein Kack. Das ärgert mich gar ein bisschen. Aber ich schaff's jetzt. Dann fängt auch immer wieder ganz hinten an, ne? Das ist ein bisschen glücklich. Dass ich da nicht hochziehen kann, ist auch beschweigend. So, das kann ich nochmal. Okay, also inzwischen den Holzdingern ist immer so ein kleiner... Oh, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Wieder draufgegangen. Das nervt mich aber jetzt total. Das ist nicht mal so, dass es irgendwie cool ist, sondern das ist einfach nur total nervig. Oder? Macht mir überhaupt keinen Spaß mehr. Gut, wir fuhren jetzt nochmal. Wahrscheinlich muss ich mich schon zurechtschneiden für euch. Drei, vier Fehlversuche ist ja okay, noch zuzugucken. Aber dann nervt's auch nur noch für den Zuschauer, glaub ich. Obwohl ich auch gerne sehen will, dass jemand Frust-Elemente miterlebt. Okay, will das hier hochgekommen? Yes. Sordo-Spacken. Oh nein, wow. Ach, da drückt er mich schon rüber, ne? So, hoch da. Okay. Gott sei Dank. Das hat mich schon... Das würde mich schon nerven, wenn du es nicht geschafft hätten jetzt. Okay. Oh nein, schon wieder so einer. Die sind aber auch gierig nach einem, ne? Ah, Hilfe. Oh. Ei, ei, ei. Wo soll ich jetzt hin? Ah. Oh. Ach so, warte. Ich hab' du mal verzerrt. Haha. Komm, komm, gut, 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 gut. Oh Gott, der ist aber echt schnell, ne? Schnüffel sich den Weg hier frei. Ei, 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 ei. Das war mal ein gruseliges Viech. Die sind alle ganz schön gruselig, find ich. Oh. Oh, Lernher. Shit. 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 Ist der verstecken? So rollen? Hoffentlich sieht er mich nicht. Er darf mich bitte nicht sehen. Okay. Ja, guck mal, ich hab' den Spiegel. Wie soll ich das da runterspülen? Ne. Ist auf jeden Fall ein Schiff, so wie als wenn er her segelt. Auch nicht, hier kommt ja auch nicht hoch. Kann er da vielleicht die Klo-Dinger hochkleiden? Ne. Wollen wir mal rausgehen? Wollen wir mal rauskommen? Hä? Ich komm' nicht raus. Ja. War er da schon? Nein, du. Geheimgang? Ja, auch nicht. Ich komm' da echt nicht hoch. So ein Kack. ist die frage was ich hier machen soll rein hier komme ich auch nicht hoch warte mal nek oder fliegt von der Hand auf ne doch warte mal das schauen wir bestimmt guck mal jetzt können wir hier gar nichts machen oder was anderes machen vielleicht können wir uns auch mal vielleicht können wir uns auch mal jetzt passen wir mal wir sind kurz wir sind kurz wir sind also Und dann was da machen wir, kann ich nicht. Eine Dose raufzelt, um den Türgriff zu betätigen. Auch nicht. Die Dose benutzen, um da hochzuwerfen? Vielleicht kann ich nicht so weit überfahren. Nee. Ey. Da oben kann man auf jeden Fall irgendwo hin. Aber wie kommt man da hoch? Da kann man doch das Gestänge da hochklammern. Nee, kann ich nicht. Da komme ich nicht hoch. Okay. Ich spiele schon mit dem Latein ein bisschen am Ende. Da hoch komme ich auch nicht. Okay. Das war jetzt eher Zufall. Aber... Gut zu wissen, wie man da durch kann. Ein Verhörraum ist das hier. Ja. Na, super. Obgespaced das Spiel irgendwie. Guck dir das an. Ist ja auch lustig gemacht, oder? Hätte man jetzt nicht mitgerechnet. Also ich zumindest nicht. Aber die Köche leben ja noch, wie man sieht. Das ist natürlich doof, weiß ich. Dann müssen wir die ein bisschen töten, ne? Das ist die Frage. Ich muss wahrscheinlich runter, ne? Oh, hier. Wollen wir für das Gute ist? Aber ich denke mal, wir sollen vielleicht mit dem Fahrspiel fahren. Machen wir doch mal. Wo immer der Fahrstuhl hinfährt, da fahren wir jetzt hin. Ah, okay. Ist nicht so weit. Das war alles hier. Aber ich kann mich jetzt da machen. Hier ist nichts weiter. Okay. Da gibt's nichts. Gehen wir jetzt mal hier rein. Oh. Oh. Oh! 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 Die fetten Schweine! Die sind alle so gierig. Kuss an! Okay, okay, okay. Das ist immer mehr! Nein, nein, nein. Okay, die wollen nicht. Oh! runter das war beschissen das war blöd naja okay wir müssen also richtig schnell sein erinnert mich an die indiana jones szene jäger des verlorenen tempels wo die kugel hinterher rollt ein bisschen nicht ganz so aber ein bisschen ist das schon so ne finde ich so wissen wir uns einfach nur rennen ok los geht's die richten mich einfach nicht wahrscheinlich sehr gut ich habe noch alles um hier alles um Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh nein, ich hätte den mal angreifen müssen. So ein Scheiß. Oh, wie ärgerlich war das denn? Oh, so dicht dran, so dicht dran. Und trotzdem nicht geschafft. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber wir kriegen es hin. Jetzt, die nächste Runde ist unsere. Die nächste Runde ist unsere. So, okay, nochmal das Ganze. Und da kommen sie. Also haben wir schon was von Geisha-Karakter, das Ganze, wie in Japan. Das wird auch in der Mitte schon verbrustelt. Oh, nicht runterfallen. Das einer ist runtergefallen. Selbst schuld, du fette Sau. Ein Wichtel. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Ach, Mann. Okay, wir müssen noch schnell was zu essen finden. Was drin? Naja. Irgendwo finden wir schon was. Und wenn es diesmal ein Wichtel ist, den wir essen müssen. Wie finde ich auch was denn jetzt gleich sterben hier? Ach, guck mal. Vielleicht gibt es ja die nicht, weil ich nicht genug geknuddelt habe. Oh. Hättest du auch die Wurst essen können. Was ist der denn Wichtel? Rosalich. Aber damit endet unsere Geschichte. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn es wieder heißt, wir essen Wichtel. Nein, bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.